Hallo alle zusammen hier aus dem Achter Elfenroll auf China, mit meinem heutigen Gesundheits- und Therapietraining. Wir arbeiten heute mit zwei Luftballons und werden innen wieder einatmen. Über die rechte Seite. Aus und die linken Seite. Und rechts. Tief in den Bauch. Die Baustelle geht nach außen. Beim Ausatmen des Bauches wieder nach innen. Und beide Arme nach oben. Schnell den Kopf aus. Und kurz Tief in den Bauch. Noch bloß der Roller. Ein. Schlammungshaustür versorgen. Und letztes Mal. Und unten drinnen. Mit dem Marsch. Mit dem rechten Teil. Fünf, sechs. Und noch zehn. Die Arme schon mitnehmen. Angering geht vor. Und die Luftballons festgeifeln. Ja. Machen wir euch noch Briefwirkungen. Für die Briefwirkigkeit der Hände. Jetzt halten wir drauf achten. Verlonge und festgreifen. Und die anderen die Arme schießen. Schnell recht zu links zum Kassbeindler. Viel Druck nehmen. Durchatmen. Ja. Ansonsten geht wie immer. Ihr geht so weit wie es für euch gut ist. Ja. Das heißt. Die Wiederholungszauber. Also die Geschwindigkeit oder das Gewicht. Immer nur so passiert. Bis eure Lenke von dem Rücken zu dicht. Und wir öffnen. Ja. Und nach zehn. Wir gehen Schritt weiter. Zehen ein bisschen nach außen. Durchatmen. Auf. Mit dem Augen. Und wir schließen langsam. Und wir werden langsam. Aus. Durch. Und wir halten. Gleich beugen. Gerade. Wacht bis fest. Wacht nach vorne. Und noch ein drehen. Schön fest greifen. Auf und innen drehen. So richtig diese Bewegung. Auf und öffnen. Schön fest greifen. Und wieder nach vorne kommen. Und ab. Und seitlich zum Körper. Nach innen und außen drehen. Warte bis fest. Warte. Knie gebeugt. Warte. Warte. Zwei. Auf und ab. Auf und ab. Nach vorne. Und wieder nach vorne. Auf und aus. Und in dieser Bewegung nach außen öffnen, nach außen drehen, wieder zu tief und hinten und wieder nach vorne kommen. Vier, drei, zwei, und nach innen, reißen, schmutzig greifen, bleiben auf Schulterrehe und langsam außen öffnen und Bewegungen nach vorne ausführen. Beine auflösen und wieder nach vorne, zwei Bewegungen, vier, drei, zwei, und belösen, Beine auflösen und wieder marschieren. Und wieder nach unten, auf die Rechte, stehen und breit, beugen, auftreten, roten fest zusammen, unten, gerade halten. Und rechts abschiehen, unten und lange nach oben, den Bauch ein bisschen schmack halten, kurz abschiehen, unten, 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 unten. Und rechts, drei, zwei, und drücken. Und abschiehen wir noch mit den Abnehmen. Und wieder halten, Beugen. Und wir kommen zusammen. oben und hinten, oben, hinten, 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 hinten gefolgt, dabei auf den Kopf, kommt in der Kollektion, hier in der Kollektion, und fest, hinten, überbauch, einmal an den Rücken, sehr schön, atmen, und vier, zwei, zwei, ein letztes Mal, und die Schmerzen, die Nadeschirren, mitlehnen, jawohl, und wir bewegen uns mit dem Schritt nachfangen, fünf, sechs, schmerzen, 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 vier, drei, zwei, wir bewegen uns mit dem linken Bein, und links, vor, drück, einfach so schmerzen, und auf, öffnen, mitlehnen, Kopf, vier, drei, zwei, und wir basieren, ab, ab, mit rechts, jawohl, und wir enden damit Schritt nach vorne, enden das ab, ein Faustet, das heißt, wie ein Faust, vor der Rücken, hinten schließen, Rücken beginnen, vier, drei, zwei, und, weiter, noch zurücknehmen, weiter, schön, irks, noch nach vorne, zwei, die sind, komm, jahuuu, und, komm, komm, weit, schön, noch, was wir denn gemacht sind, schön, rechts, noch zwei, noch zwei, noch zwei, Und dann geht links. Und tappen. Ja, das ist schön. Lass uns schließen. Bum. Verschiebeißen. Gut. Ja. Noch vier. Drei. Zwei. Und ab und raschieren. Rechnen. Gut. Das hängt zusammen. Gleich zurück. Acht gehen. Schüttchen halten. Viermal den Schritt. Nach vorne. Hier rechts, hier links. Fauste. Hier rechts, hier links. Und die vier. Hochländer. Auf die Schüttchen nach vorne. Fünf, sechs. Vier. Drei. Zwei. Links. Beginn. Und vier. Drei. Zwei. Fauste rechts. Jetzt. Vier. Drei. Und Power. Zwei. In Angst. Links. Fauste. Vier. Drei. Zwei. 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 Auf den Brett. Jetzt. Öffne. Vier. Hopp die Nachden. Zwei. 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 Bauste. Vier. Zwei. 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 Asch mit rechts. Arm, hopp. Ärfe special. Und mit set, Money left. Fünf, sechs, sieben. Top, mom, pop, pop, pop. Nachden. Rats. Unverschreites treten. Kupfen. Hupfen. 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 Recht atmen. Hupfen. Hupfen. Vier. Drei. Wansch. Gut. Wir hängen zusammen. Vier mal rechts. Wir haben mal links geschlossen. Wir haben mal rechts, wir haben mal links. Achtung links. Zusammen hängen. Fünf. Sechs. Sieben. Drei. Bis weiter. Zwei. Nach vorne links. Vier. Hupfen. Drei. Zwei. Und vier. Drei. Sehr schön. Zwei. Beine schön öffnen. Fauste links. Vier. Drei. Zwei. Drei. Hülle rechts rechts. Vor. Vier. Drei. Alles von vorne. Vor. Vier. Drei. Zwei. Arme mit dem Kopf. Links. Vor. Vier. Drei. Zwei. Auf der Seite rechts. Auf der Seite rechts. Jens. Schieß. Drei. Kopf wieder rechts. Zwei. Auf der Seite rechts. Vor. Vier. Zwei. Zwei. Nöö. Lens. Lens. Vier. Lass. Zwei. Nach vier. Bis dreifend. Bleist. Zwei. Weinten rechts. Ja, sehr schön. Durchatmen. Gut. Rote Seite, Bizeps, rechts weg in. Fünf, sechs. Koppel drüben nach außen, rechts. Tief, tief. Weiter arbeiten nach außen, Kopf. Zehn, schön mit acht. Rücken gerade, drücken. Hopp, hopp, hopp. Sehr schön. Wir bleiben schön tief. Vier, drei, vier, sechs, auf vierte. Hopp, bisschen tief. Zehn, reinziehen. Mit acht. Auf drückdrücken. Hopp, bisschen tief. Beine aufwärmen. Warten, hopp, ab geht's. Geht auf. Vier, drei, zwei, die Zehen. Hopp, kacken nach. Vier, drei, wir kreuzeln vorne, die Zehen. Hopp, 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 hopp. Wir sind noch tief. Wir sind noch tief. Rücken mit außen, dann schaft die Kraft nach außen. Vier, drei, der ist voll voll. Tief und ab. Hopp, hopp, hopp. Vier, drei, mit rechts. Hopp, hopp. Durchatmen. Kommp, hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Wir wollen euch mal oben verschacknen. Hopp, hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp. Okay, wir halten. Wir sind bereit. Die Oberkappe bleibt nach vorne. Und in die Boge seitlich. Wir ziehen den Arm. Schön fest reifen. Rücken rein. Ohne Kumpel ausschieben. Kopf in der Klemmung der Hirtenzäule. Und schön reifen. Geht ins Rücken rein. Ganz fest reifen. Mit Platz. Jawohl. Gute reifen vor. Spann die Kraft rein. Hoch. Gut. Aus dieser Stellung fährt die Klemmung. Fünf. Sechs. Nach vorne. Kopf. Kopf. Seh ranziehen. Injectiv. Kopf. Kopf. Seh ranziehen. Kopf. Kopf. Jawohl. Kopf. Vier. Drei. Marsch mit rechts. Kopf. Und locker. Sehr schön. Rüchern. Kopf. Rüchern. 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 Sonne aus. Nehmen wir die gestreckte Arten mit noch kurz. Und hier stehen. Machen Sie den Backort. Fünf, sechs, fünf. Und dringst der Saal rutsch. Seht ihr ja, drücken wir uns wieder weg. Hopp, über kurz. Hopp, hopp, hopp. Jetzt die Hand spannen. So, weg, drücken. Hopp, hopp, hopp. Jetzt bleiben wir Hand spannen. Vier, drei, acht, mit gleich. Und hopp. Ja. Sehr schön. Durchatmen. Gut. Leicht schräg. Mach so. Fünf. Schön bis drei, fünf, vier. Hopp. 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 Vier. Drei. 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 Und weh lang. Arten. Und wir wechseln. Und wir wechseln die Seite. Mach vor den Knie zu gehen. Fünf. Sechs. Halt. Und wir wechseln die Seite. Eins. Halt. 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 In Wechsel. Halt. 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 Vier. Drei. Zwei. Dumpf, nach der Stelle. Halt, zwei. Halt. Erhört. Halt. 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 4, 3, 2. Achtung! 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Achtung! 4, 3, 2. Drei, zwei, Marsch, Big Mac, Step, jawohl, zerschlägen, lokoverschieren, atmen, gut, heute eigentlich das dynamischeres Warm-up, also, wie der Bus liegt, mit langsamer Rennen, sehr schön, wir halten, wir gehen den Bein zur Seite aus, und wir halten und dehnen, wir folgen, rechts Richtung Boden ziehen die Ohr zur linken Schulter, wir dehnen den rechten Schulterhalterbereich, und langsamer ziehen, zur anderen Seite, diese Art niedrigen Boden, rechte Ohr, rechte Schulter, die Dehnung halten, zur Mitte kommen, und die Nackenbrust, Nacken dehnen, wieder aufrechten, mit der Kusskulation, geschleifte Arme nach hinten, hier beugen, hoch in der Verlängerung der Wirkessäule, und auch, das Auslochen, Hand in der Fläche, Richtung Boden, hier beugen, geschleifte Arme, Sobring operating,owned und hoch in der Fläche, album, abgestellten, und halten, erst ab, mein Ehre ist der linker�로, zum linken Knie, und ließ den Haltern mit dir ges Caribbean, Durchatmen, wir setzen die Seite, die Augen nach ober, zur Rechnung von der Richtung zu die Kehle. Die Hälfte, die Hälfte, die Beine nach außen. Die Hälfte, die Hälfte, die Beine nach oben. Durchatmen, langsam auf der Seite, die Hälfte stehen lassen. Wir setzen die Hälfte, die Hälfte, das Ganze wird nachrufen. Rechnen. Wir kommen auf den Hälfte und stützen uns in den Hals. Abflächeln, Augen hier ab und lehnen zurück über die gestremmten Arme. Kopf in der Verlängerung, dass wir es dort sind. Und lehnen ab von den Bekingern aus dem Brust. Über den roten Rücken gehen. Aufrichtet. Und schließen. Und dann nicht drehen. So, auf den Sehenspitzen bleiben. Abflachen in den Lassen. Und ganz locker. Auf den Sehenspitzen kommen wir zu bergen. Und wieder aufstellen. Und der Halbchen. Mehr holen. Wir stellen das gleiche Beise. Linksbein. Hüttchen zu hinten. Und die Strecke. Weitere Bühne und Stehen aus. Auf die Hüttchen. Legen. Hüttchen. Hüttchen. Wir müssen einlegen. Aber Oberflachen. Die Linie frei. Nicht nach hinten verlagern. Linksabstück zu rechts. Das Sehenspitzen anziehen. Kopf in der Verlängerung der Ferrisäule. Durchwarten. Hüttchen. Und die Hüttchen. Und die Hüttchen. Von Holz ausziehen. Jawohl. Wir wechseln die Seite. Linksbein. Weit nach vorne stehen. Rechtsbein nach hinten stellen. So dass beide Fußlohen ausstehen. Und wir kommen in den Strecke. Und wir kommen in den Strecke. Wir bieten einlegen hier. Kopf, drücken. Arme. Und rechtsbein. Wir halten den Hüttchen. Halten durch. Und die Hüttchen verlagern. Rechtsabstück sind. Linksbein. Festbein ziehen. Gut. Und wieder Was. Das sind die Hüttchen. So. Und die Hüttchen. Und die Dinge mit dem Hüttchen. Arme. Auch wieder auf dem Hüttchen. Hüttchen. Arme die Beine öffnen. Schön frei öffnen. Und den Arm nach oben bringen. Wir gehen nach links zu lagern, das Körper bleibt schön aufrecht, den Sehnen ranziehen. Wir dehnen jetzt die Rechte, aber schön die Inseite. Und zur Mitte. Dehnen, zur anderen Seite. Wir können auch länger auf der Mehrsehöhle. Zur Mitte kommen. Und, und so. Gut. Wir achten ein, der Preis ist ein, der Preis ist ein. Wir berechnen nach links. Linksseite. Rechte Seite. Noch mal die Linkseite. Tiefen die Vorzeiten. Kommt wieder raus. Wieder raus. Auslockern, nicht mehr in Bewegung bleiben. Zum Zerrinken. Kann man schön das Wort abgehen. Absorbieren. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Flickstücken. Und zurück aus. Wir beginnen mit einer schönen Griffhöhung für die Handmikulatur und den Unterarm. Nehmen wir dazu den breiten, tiefen Stand. Wirklich schön breit stehen. Achtet darauf. Und schrift tief. Jawohl. Sehen wir gleich am Außenbrennen. Rücken gerade. Außenbrennen. Hochfest. Wir beginnen mit ausgestreckten Arten. Anfangen. Und rücken. Rhythmisch. Einfach E-Balance. Fest zusammen. Rücken. Wir stecken Arme nach vorne. Bauchbein groß und fest. Wir bleiben schön tief. Rücken gerade. Und feste Zütteln. Und durchatmen. Jawohl. Durchatmen. Wir öffnen mit dieser Bewegung nach außen. Und sind tief. Halt sind tief. Halt sind tief. Und drücken. Durchatmen. Spannend halten. Wir arbeiten nicht nach oben. Und jetzt ist das Drücken. Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule. Wir gehen gerade. Lachen noch auf der Seite. Halt sind tief. Und unten vorne. Und wir arbeiten noch ein bisschen weiter. Halt. 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 Baut fest. Langsam ab und außen. Und nach unten. Ganz der Verspannung. Auf geht's. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und wir lösen die Spannung. Langsam die Beine schließen. Ausblicken. Und ein. Und hinter der Ausbau. Und noch eine Übung. Wir stehen mit Hüftbreit. Tief, Backbeine, Kopf fest. Gestreckte Arme nach Sange. Und Handgelenke auf und ab. Wir arbeiten gleich nur auf den Handgelenken. Arm left. Stabil und drücken. Rücken gerade. Auf und ab. So, aus und ab. Ach, fest. Drei. Fest. Jawohl. Fest. Fest. Vier. Drei. Drei. Und lösen. Und marschieren. Und marschieren zum Ausdruckern. Zum Atmen. Langsam halten. Und wir halten. Streckte Arme und die Dehnung nach oben halten. Nach oben, Dehnung halten, Kirche halten. Und die Dehnung nach unten halten und atmen. Das sind auch die Übungen, die wir jetzt alle gemacht haben, auch die Performer. Über die Gänze und Schultern. Bei viel Arbeit mit der Maus oder der Tastatur. Und wir müssen marschieren, Drehübungen über die Handgelenke. Alles, was wir jetzt schon machen, ist sehr gut bei viel Arbeit auf dem PC. Ja. Ausatmen. Ausatmen. Unterhalten. Und wir haben jetzt noch eine zweite Übung. Wir werden auch den Schulfallon fest zwischen den Knie. Das heißt, mit der Leiste strecken. Und schön fest und aufbauen. Angeln und Ballon zwischen die Hände. Wir strecken die Arme nach vorne. Das ist ein ganz gutes Zeit, Chef. Ruf ausbauen und halten. Und der Gehen ab. Gleich eine Bewegung. Und dann hochkomme. Hochwagen zusammenbleiben. Hochwagen zusammenbleiben. Hoch, schön nach hinten raus strecken. Beim Hoch gehen. Hochwagen zusammenbleiben. Hochwagen zusammenbleiben. Hoch mit dem Händchen nicht vergessen. Hochwagen bleiben schön aus. Schön nach hinten ab. Ohne Druck. Aufsteckung. Voll schön halten. Beim Hoch kommen wir die Knie leicht gefolgen lassen. Das heißt, wir haben durchgehend gespannen. In Bauch, Beine und Posen. Wir gehen soweit ab. Das ist angenehm. Das ist so ein Rücken. So weit, dass der Oberkörper nicht nach vorne weg gibt. Einig zu sehen. Versuch, eine ganze Fertenspannen aufzubauen. Zudem zu halten. Langsam auch abbrechen. Mit Kraft nach oben kommen. Ausatmen. Einatmen. Spannen. Hushen. Ja. Schlaf. Abbrechen. Spannung. Hushen. Spannung. Puharweite. Hopp. Du kannst du zame. Olk auf dem Ballon. Und weiter. Schwach. Ja, warte. Ach. Tocht. Hopp. Du arwe카�los. 7. 6. U ist fest. Komm. Fünf. Vier. Nicht schneller sein. Drei. Zwei. Letztes Mal. Sehr gut. Und die Spanke lösen. Eine schöne Ganzkörperübung. Brustmuskulatur arbeitet. Und Oberschenkel. Und zur Seite. Arm reinlaufen. Bein nach hinten ausschütteln. Ruhm mitnehmen. Kommt, kommt. Oberschenkel. Sehr schön. Und gehalten. Ja. Okay. Und noch abdrücken. Schaut ihr die Folgen? Und noch abdrücken. Hier. Schön Druck ausbauen. Hoch hin und raus strecken. Und im Oberflachen Druck ausbauen. Über die streckenen Arme. Pust. 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 P Sechs. Nier nicht durchrücken. Fünf. Vier. Drei. Vach. Letzter Schaffner. Ab, ab geht's. Mit Kraftform. Lösen. Jawohl. Und gehen. Gut. Sehr schön. Schlafen. Und drücken. Auch die Hinspitzen. Achtung auf die Hänge laufen. Und schön hoch vertreten. Und ganz die Seite. Dann unten zu atmen. Und gehalten. Und gehalten. Sehr gut. Und dehnen jetzt. Rechte Kohlseite. Rechte Hinnere Oberschenkel. Schenkel, links schon tief, rechte Zähne einziehen und das Knie festkommt. Schultern zu tief und tiefchen. Zinuschen halten. Rechte Fuß, Seite, rechte Hinder, Oberschenkel. Den lösen wir mal nicht anstellen. Wir sehen gleich noch das bei der Seite. Rechte Oberschenkel. Schenkel, 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 lösen. Ausdreffeln. Und erwecken die Seite. Schenkel, 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 geraden. Links Knie zur linken Brustrechte hochziehen. Zehen abziehen. Die Beben schenkel, schenkel. Lösen. Nicht ganz stehlen. Und jetzt ein, vier bringen. Vorderseite links stehen. Lösen. Verstehen gleichzeitig. Weitere Beine nach vorne. Links beim Weitkampf. Weitere Beine. Weitere Beine. Weitere Beine. Bleiben stehen. Und die Dehnung. Nach dem Sohn noch ab. Wiederholen. Hubsen. 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 Und die Seite langsam abziehen. Ausdreffeln. Und die Seite lösen. Nach vorne stellen. Rechen. Weitere Beine. So das Weitere Beine. So das Weitensohn aufstehen. Genau. Und in die Strecke vor den Gatsch ab machen. Weitere Beine. So durchgehen, auch bei den Pferden. Kopf in der Kuläger unter dir. Rechte, die Oberschenke, die Bade. Und langsam. Kürzen. Maschieren. Oh, was hat das? Schön mitnehmen. Jetzt legst du den Kopf hoch, aus und ab. Okay. Gut. So, ein Atmen. Und der Kuläger. Richtig Übung. Wir stehen schlussweit. Zeh und Knie nach außen. Über Körbe nach balance. Und am hintermarsch der Haken. Gucken, dass wenn man der Wert ist, soll der Balance recht reichen. Und jetzt rein. Oben. Hinten. Oben. Hinten. Achtet auf eurem Rücken. Ganz gerad. Kopf in der Verlängerung der Wirksäule. Hinten. Überkommt. Versucht euch. Überkommt. Treffen zu den Balance. Kurs und fest. Zusammen drücken. Durchatmen. Knie ist die Gebäude. Auch fein und kurzen fest. Versucht die ganze Körperspannung aufzubauen und zu halten. Und schön das ganze Körper. Hinten. Schleifen des Rückens. Sehr schön. Wichtig ist, jetzt halt leicht von vorne genau. Durchatmen. In die Strecke. Kurz und fest zusammen. Durchatmen. Hoch. Schön lang. Vier. 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 Körperspannung halten. Schauen wir noch zusammen. Abgehen. Zwei Mal. Und letztes Mal. Und. Aufrichten. Und nach hier rein. Echeln. Richtig atmen. Sehr gut. Wir warten. Wollen. Wir warten. Bauen. Und wir wechseln. Und die Rundneigung zurückziehen. Mehr Autos. Fahrstückverlässig. Langsam zu steigen. Und die Arme noch strecken. Lassen Sie sich auf den Tisch. Und die Geräten. Atem nach volle und nach Saar. Heißreden. Bitte bleib stabil nach volle. Und den Oberkantag in Wechsel eindrehen. Noch links zu oben schauen. Ein, noch vier, drei, zwei, jetzt mal. Und lösen. Und schieren. Und langsam wehlen. Gut, noch ein Rächter. Schau und lass. Und das war schön drücken. Rückträne geht um. Mit ganz kleiner Spannung. Das war ein bisschen Zeitverwaltung. Ja, gut. Nach hinten mal stecken. Wir sind gerade. Wir machen acht. Restige wiederholen. Und acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, acht, vier. Und die Bisse, und über Kreuz, aus, die Kinn, jawohl, Fuß, durchatmen, gut, wir halten, beide Lachen, Balancen nach links, und schütteln rechts, mal rechts nicht aus, Finger streizend, um Richtung Boden fest aufzuhalten, jawohl, und beide Balancen nach rechts, und dann bilden wir wohl die linke Seite, ihr merkt schon, haben wir schön gearbeitet heute mit der Handmuskulatur, auch selbst offen durchzuführen, zu Hause jeden Tag etwas, und dann brauchen wir also einfach die Griffwaffe nachlässt, und man ist ganz gut trainieren kann, mit den Nutfallons, die wir heute gemacht haben. Gut, sehr schön, kommen wir zu unserer letzten Übung, wir stehen im Einbeinstand links, braucht nur einen Balancen, und das andere Seite lesen, geht es so, dass ihr euch nicht stark aufdreht, und machen wir jetzt nicht richtig feststellen, Standbein links, schön tief und rück in gerade, wir klären jetzt diesen Balancen in die rechte Kniekelle, und machen jetzt kleine Bewegungen nach oben und drücken praktisch den Luftballon zusammen, und ziehen die Zähne dabei ab, nehmen die Arme nach außen, und ziehen jetzt schön die Arme dazu an, im Einzelstand bleiben, die Fingerstücke strecken, brauchen wir fest, schnallt, weil es beugt. Wir kommen jetzt in der Ehebogen so nach hinten, wie man sich die Ehebogen hin und treffen will, und schön mit rücken, den Balancen in der Kniekelle zusammen, und schön ran, den Balancen zusammen strecken, die Ehebogen holen sich hin, schön, nach hinten, der zweite Wege, den Kniekelle, Drücke geraten, Gerne anspannen, und nach hinten raus, Ballon zusammen drücken, Durchgang. Noch ein paar Schatten. Ganz gerne verspannen, wieder schön walten. Noch vier, drei, zwei, letztes Mal. Ja, sehr schön. Und Astrippeln, ihr spürt schon. Stärken der Muskulatur im Hinternbereich des Oberschenkels. Standbein bis aufarbeiten, ausbalancieren, stabilisieren. Sehr schön. Atmen, wir wechseln die Seite. Standbein rechts, schön tief gebeugt. Fluch verlocken, linke Flieche. Versuch mir, auf alles Höhe zu halten. Gestreckte Arme. Und ran. Hopp. Hopp. Ohne Schwung arbeiten. Der Oberkohle ist nicht wieder hinter den Rückepressen, wieder schön zu strecken. Maus und Rückruf sind fest. Hopp. Hopp. Gerne. Schüttlich atmen. Und linke Hände, Oberstechel arbeiten. Zehn mal ziehen. Fluch verlocken drücken. Hopp. Hopp. Mit Kraft. Auch noch mal schaffen. Sehr schön. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Herben. Und glitzeln. Und aus. Wir gehen gleich. Links abschützen. Resten. Zehnreizierung. Schöne Boden absetzen. Jetzt hörst du, jetzt schön in diesem Bereich! Diese Wehr, wir sind in der Kraft gearbeitet haben! Schultern sie tiefen, hinten geraden. Kostet der Führe und der Wirkselle. Für die Nasen abstehenden. Und ausrichten. Wir gehen zur wechselnden Seite. Rechts abschützen. Linken Ferse aufstellen. Schön tief abgehen. Schön gehen und rein. Jetzt haben wir der Rücken achtet. Heben halten und lasst ablösen, nach der Stelle ausdrücken, nach den Zehenspitzen bleiben, nach der Stelle ausdrücken, nach der Stelle ausdrücken, nach hinten, nach der Stelle ausdrücken, nach der Stelle ausdrücken, nach der Stelle ausdrücken, nach der Stelle ausdrücken, nach den Zehenspitzen bleiben, Noch mal. Vier. Drei. Zwei. Vorne Kondeln. Und wackeln. Kondeln. Genau. Ausrufen. Schultern mitnehmen. Atmen. Gut. Noch vier. Einerseits. Zwei. Zwei. Wir verdienen hier. Schultern mitnehmen. Ausrufen. In vier. Vier. Drei. Zwei. Wir federn am Ort. Gut. Wir machen Seelen. Wir machen Seelen. Wir machen Seelen. Wir machen Seelen. Und jetzt. Und jetzt. Ganz locker. Wir machen die Hand. Wir machen die Schultern. Seelen dazu. Auslockern. Durchbewegen. Und dann. Ohne Öberspannung. Einfach locker. Durchbewegen. Und langsam werden. Und ganz locker. Und jetzt. Und zu lösen. Und zu lösen. Einfach lang nach oben. Und. Und. Und noch mal die Geschmacknahme zur Rücksehne, richtig lang ziehen, nach dem Halswirftsäule reinziehen und mit der Wege nehmen. Gehen und lösen. Wir gehen noch von den Knie nach dem Hosen in der Hand. Jetzt in den Rücken. Gehen und lösen. Und langsam wieder ausrichten. Und die rechte Seite. Bleiben rechts. Und vorne aus. Und rechts. Und wir wenden zur linken Seite. Und rechts. Und rechts. Und rechts. Und unten rechts passen. Und das war's für heute. Unser Training mit zwei Luftballons. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!